Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Returnal hier auf der PlayStation 5, hier auf Trend 17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, hier geht es natürlich wie immer spannend weiter. Ganz lieben Dank, geht nochmal raus an alle, die das Projekt hier so schön unterstützen. Bitte auch weiterhin das Ganze hier mit einem Daumen honorieren, den Kanal abonnieren. Das reimt sich sogar, ist das nicht schön. So, da komme ich so, glaube ich, nicht hoch. Ich würde nämlich gerne den Buchstaben analysieren da. Kommt man da hinten irgendwie da hoch? Da komme ich nicht hoch. Alles kaputt hier, alles abgebrochen. Okay. Hier gibt es auch noch ein Tor. Ja, ETA ist eine Währung, die wir irgendwie ziemlich selten hier kriegen. Boah, nicht zu weit. Hier war gar nichts Spannendes. Okay. 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 Der nervt langsam. Sehr schön. Boah, super nervig. Noch mehr. Hopp, der kommt hier nicht rein. Jawoll. Okay. Oh, da kommt noch mehr. Ah! Ah, was ist das denn? Wow, wow, wow. Das war eine Falle. Oh, Alter. Alter. Shit. Ja, keine Chance. Keine Chance. Oh, Tick. Ich grüße das Mobeltier. Das war ja wohl mal eine richtig gemeine Falle. Ich wollte die, das Ganze analysieren, weil das scheinbar eine Erinnerung war. Und dann verwandelte sich das in so ein Monstrum. Das auch noch sehr stark war. Okay, da ist die. Da ist aber auch noch. Es ist ähnlich wie eben, würde ich sagen. Hier ist es jetzt anders. Jungs, ihr geht mir langsam auf den Sack. Dann wieder auf den Sack. Das ist illum, ihr geht mir irgendwann. Oh, es ist sinnbar. Dann wieder auf den Sack. Dann rieren wir langsam auf den Sack. Nein. Da ist ja ... Das ist wunderschön. Soll also 33. ... ... das sieht schon geil aus da komme ich definitiv nicht hoch Momento da oben war doch das nehmen wir natürlich mit da geht es scheinbar weiter auch schon wieder eine falle hier das riecht so nach einer falle das ist schon mal gut wow 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 weil hier aus kann man das schlecht sehen nein das gibt es doch nicht ok ich habe noch eine Chance oh Schwein gehabt oh die hat aber ganz gut Damage gemacht also viel aushalten tut die wirklich nicht hier die gute Frau da hinten ist aber noch irgendwo oh da ist auf jeden Fall so eine Kammer wo ist das hier gehen wir den Ding auf den Sack oh keine Schlüsselschiete ich hatte gehofft dass hier noch irgendwo Gesundheit ist ist hier auch irgendwo aber da komme ich irgendwie nicht hin schon wieder ganz gut angeschlagen da ist auch Liefergesundheit das sehe ich schon da kann man sich auch ganz Geschisse verstecken oh geht einfach okay komm her oh es sind so viele gleich wieder ne ja irgendwo das ist auf jeden Fall dreimal Gesundheit obwohl Gesundheit ist sind auf jeden Fall auch immer Viecher ja ich höre schon den nächsten scheiß Vieh oh 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 das war langsam Schluss hier wird lustig und da ist schon mal ich brauche unbedingt Xenotech, ach man das ist aber auch doof ja Schiete, das könnte ich gut gebrauchen hier da oben ist Gesundheit sehe ich gerade ja, der hat aber nicht wirklich viel Gesundheit gebracht hier ok, ich bin wieder zurück da komme ich so nicht hoch hier irgendwas machen Schifre aufgesammelt das ist schon mal gut da ist doch irgendwo Gesundheit aber da ich immer noch kein Schwert habe keine Handwaffe nein, dich rächen ah ich will dich rächen scheiße ah ich habe doch gar nicht ich habe doch gar nicht genug Energie scheiße ja genau ah ich schliefe doch fuck ich habe gleich ich bin tot scheiße hat der viel oh fuck jetzt hält der viel aus oh hält der viel aus ey der hätte eigentlich schon tot sein müssen ah shit genau reingelaufen in seinen genau reingelaufen in seinen Strom ach man bock schwer bock schwer bock schwer bock schwer bock schwer sehr 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 hoher Frustgrad hat man hier bei dem Spiel bock schwer so aber wir machen natürlich weiter wir sehen uns in der nächsten Folge lasst auf jeden Fall einen Daumen da bis zum nächsten Mal habt eine gute Zeit und Dex ans Abonnieren ciao ciao